Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Fleischsuppe Süß-Sauer. Die Fleischsuppe Süß-Sauer ist eine sehr europäisierte chinesische Suppe, die auch sättigend ist. Also mal etwas anderes als die üblichen chinesischen Gemüsesuppen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Gemüsezwiebel 2 Zehen Knoblauch 500 Gramm Hackfleisch Halb und Halb Öl zum Braten Salz Frisch gemahlener Pfeffer 80 Gramm Langkornreis Liter Gemüsebrühe Zucchini 10 möglichst aromatische Kirschtomaten 175 Milliliter Süßsaure Asiasoße 100 Gramm Erbsen-TK-Ware Etwas Cayenne-Pfeffer Folgende Utensilien werden benötigt. Messer Schneidebrett Pfanne Topf Zubereitung Die Gemüsezwiebel Die Zucchini waschen, trocknen, den Stielansatz und das andere Ende abschneiden, längs halbieren und in Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen, trocknen und halbieren. Das Hackfleisch in die Suppe geben. Asiasoße und Zucchini dazugeben und verrühren. Die Suppe noch einmal aufkochen lassen und 5 Minuten köcheln lassen. Die Tomaten und die Erbsen in die Suppe geben. Heiß werden lassen und noch einmal 5 Minuten köcheln lassen. Die Suppe macht man pikant mit Cayenne-Pfeffer. Wie man mag. Ich komme eigentlich auch ohne aus. Als Beilagen eignen sich Weißbrot, Baguette oder Ciabatta. Diese Varianten gibt es. Man kann sich auch an Pilzen versuchen. Die Suppe schmeckt auch mit gebratenen Pfifferlingen oder Champignons. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Bis zum nächsten Mal.